So ist es auch. Und ja, ich habe hier Freunde, Demo-Freunde, die uns schon von, seit ich dabei bin, immer wieder hier, die hierher kommen und gesagt haben, ah, da sind sie ja. So, und ich habe euch das Lied mitgebracht und das passt einfach auch jetzt so schön nach dem Beitrag von Elvira. Und dem ist auch nichts mehr hinzuzufügen, dem Beitrag, vielleicht nur noch klanglich. Ja, und ich bin eigentlich ein Kindercoach, sowas ähnliches, neben dem, dass ich Künstlerin bin. Ja, und diese Farben des Regensbogens der Kinder, das ist mir ganz viel wert. Ich darf auch noch hinweisen, dass Dr. Scheel am 21.10. seine, ähm, nun ja, ich würde es jetzt mal verhören, nenne ich das so ein bisschen sarkastisch. Früher war es die Inquisition, entschuldigt mich, wenn Leute hier von der Kirche sind, aber auch die, die jetzt aufnehmen. Man sollte nicht vergleichen in die Vergangenheit, das ist korrekt, aber es hat ein bisschen was davon. Ich darf euch einladen, ich darf euch aufrufen, Dr. Scheel, ein wunderbarer Kinderarzt, der zum x-ten Mal jetzt seine Zulassung entzogen werden will, eben 21.10. Stuttgart, ja, könnt ihr, wir gehen hin und wir machen ein bisschen Rabatz vor dieser kassenärztlichen Dings da. Näheres über unsere Gruppe, Sinsheim, Querdenken oder an mich, BN, Gaby. Ist die Gitarre an? Ist da irgendwas nicht an? Können Sie nochmal gucken? Ja? Entschuldigung, ich hatte dich von runtergenommen. Sind so kleine Hände, winzige Finger dran, darf man nie drauf schlagen, sie zerbrechen dann. Sind so kleine Füße, mit so kleinen Zehen, darf man nie drauf treten, könnte nicht drauf gehen. Sind so kleine Hände, sind so kleine Hände, sind so schöne Münder, ohne Maske, sprechen alles aus, bitte ohne Maske. Darf man nie drauf schlagen, darf man nie drauf schlagen, darf man nie verbieten, kommt sonst nix mehr raus. Sind so klare Auge, die noch alles sehen, darf man nie verbieten, können sie nicht verstehen. Sind so kleine Seelen, offen und ganz frei, darf man niemals quälen, gehen kaputt dabei. Ist so ein kleines Rückgang, sieht man fast noch nix, darf man niemals beugen, weil es uns zerbricht. Ja, die klare Menschen, wäre ein schönes Ziel, Menschen ohne Rückgang, haben wir schon zu viel.